So, hi Leute, da sind wir wieder zurück mit Remember Me Und ich weiß jetzt wieder, wie es funktioniert Der Ballas hat's nochmal nachgeguckt In meinen anderen Videos Und es war Kuh Ich voll dapp, hab das natürlich voll vergessen Irgendwas müssen wir hier doch bestimmt noch aktivieren Ha, da Ping HEP Achso Ah BÄM So, da hab ich wieder so'n Fisch gefunden Was auch immer mir das bringt Das bringt mir das Das, äh, freudige Gefühl, dass ich sie erledigt hab Ich hab das Gefühl, kommt gleich ein Gegner Special Process Oh, die sind unsichtbar Was war das? BÄM Was bist du denn für einer? Hallo? Hallo? Wo geht's hier weiter? Ah Peng Unsichtbare Gegner Sehr gut Da ist gar keiner Ich hab Angst Ich hab voll Angst Hier kommt, hier kommt euch welche Von den Viechern Glaube ich Oh oh Ich hab kein gutes Gefühl Ups Gar kein gutes Gefühl Und hau sie während das Licht an ist Weißt du was? Das war mal so BÄM Gib ihm So Hallo? Ach, mich wundert die böse Scheiße, die aus diesem Tunnel kommt, schon lange nicht mehr Ich bin bald da Halt so lange die Augen offen Ganz schön dunkel hier So, einmal Türe aufmachen, bitte HEP Entschuldigung, wo geht's hier zum Dicking Brain? Oh, halt Wir nehmen einmal in der Heilung mit Pling So Alles wieder gut Bahn und Kratzer Okay Achtung, Hochspannung Okay Ich glaube ich bin an der Hochspannung vorbei Ähm, hier bin ich aber schon mal langgeklettert, oder? Ups Glaub ich zumindest Das kommt mir zumindest Irgendwie so ein bisschen bekannt vor Au 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 Autsch Bleib hart, Nillen Laderamp B Andockhafen wird Videoüberwacht Sehr gut Au Das Also aus der Höhe runterfliegen Das muss wehtun Da hat sie Unsere Nillen bestimmt Ordentlich Aua gemacht Ähm Achso Was machen sie da oben Lassen die Mann in Ruhe Die verrückten Psychos Und jetzt Ich hab Angst Ballas hat Angst Lass mich raten Ich muss Irgend so eine Drohne anspringen Und dann da hoch Nein Security Kräfte Ähm Licht Wo gibt's hier Licht Da ist Licht Bam Hau ihm Was auf den Latze Also unsichtbare Gegner Sind unfair Bam Autsch Jetzt reicht's mir Jetzt Oh Der macht den Strom kaputt Oh Jetzt Was haben wir jetzt gelernt Senzen dos Fährt alle Senzen herunter Betalbt alle Gegner Enthüllt Unsichtbare Okay Bams Jetzt klatschen wir mit ein paar Und dem auch Ist genug für alle da Also unsichtbare Gegner Sind echt Unfair Was Da hat mich doch gar nichts getroffen Mit diesen Cooldowns Nicht genug Fokus Sehr gut Also das ist jetzt gerade hier Richtig scheiße Dankeschön Das ist halt Richtig gemein So Badas ist voll am Arsch Ich Brauche erstmal Fokus hier Ohne Fokus Können wir leider Gegen die Gar nichts ausrichten Natürlich können wir nur Gegner Angreifen Das ist also Ah Hier könnte man auch Wieder ein wenig rumragen Könnte man Ja So Spawn mir mal schnell Die Gegner hier Komm Hau ihm Arsch auf den Latz Hey Ja Dankeschön Okay Fickt euch Arschlöcher War es gerade Mr. Bean Der dein Bild War Okay So Hey Wir haben wieder Licht Gut dass der Elektriker Gerade da war Um das Licht zu reparieren Fickt euch Echt ins Knie Leute Aber so Richtig Übelgewaltig Ich fluche schon wieder Aber ich habe das Gefühl Das wird hier in dem Spiel Noch öfter vorkommen So Wo ist sonst noch was Da gibt es Flutlicht Da kann ich irgendwo hochklettern Da muss ich hoch oder ist Hm Na gut Dann klettern wir einfach mal hier lang Höpp Hör mal hier hoch Okay Dann nach oben Achso Ich verstehe Fehlerhaft Komm So Das sieht doch schon mal ganz gut aus So Zack Das passt noch nicht ganz Das sieht besser aus Und da hoch muss ich Sie hat den da oben an So Das tut weh Höppadam So Höpp Das ist jetzt wieder hier Diese Puzzlerätsel Die sind echt einfach Da kann man echt nichts sagen Hüpf So Ist irgendwo eine Heilstation Ja Sehr gut Ich finde es gut Dass nach jedem Kampf Eine Heilstation kommt Nach einigen Wie dem zum Beispiel Gerade braucht man sowas einfach Höpp Ich klettere ich hier schon wieder lang Vorsicht Nein Schön Langsam Ja ja Schön langsam Scheiß auf langsam Hüpf So Höpp So Das war einfach Schwer Ihr wisst schon Oh da gibt es wieder Nachrichten Und da ist geschlossen Aber demnächst ist hier eine Neueröffnung Bis man wieder kommen Merken wir uns in den Laden Da gibt es bestimmt Lecker Dosenfutter Ah hier ist ja gar nicht so heiß Nur 843 Grad Wir hatten es schon wärmer heute Die Ursache ist noch unbekannt Aber ersten Schätzungen zufolge Sind 100 Tote und mehrere tausend Verletzte zu beklagen Für Abonnenten von Platy News und ExtremSan Wurde ein Sensen Notfallsender eingerichtet Sondermeldung Das Lazarett Schiff Nimfea Wurde von einer Explosion erschüttert Die Ursache ist noch unbekannt Aber ersten Schätzungen zufolge Sind 100 Tote und mehrere tausend Verletzte Olga is wanted Für Abonnenten von Platy News und ExtremSan Wurde ein Sensen Notfall Leaking Brain Werbung Da oben Das Lazarett Schiff Nimfea wurde von einer Explosion erschüttert Ah hier kann man irgendwo hochklettern Genau da hoch Haha Pling so Jawoll Gesundheit Sehr gut Also Moment halt Da müssen wir drauf schießen Pling so Ähm jetzt Achso Jetzt macht ihr die Tür auf Ah da geht's lang Endlich daheim Dann schenk ein Tommy Okay Irgendwie ist ihr die Kacke am Dampfen ne Das ist keine gute Idee mein Freund Übermachen Willkommen in der Zukunft Wo alle Kämpfe nur noch Mit in Prügeleien ausatmen Mach Entschlossene Schweine was Jawoll Aber Nicht mehr lange Ja da hat sie recht In seinem Kundenservice muss er wirklich noch ein bisschen arbeiten Als das Wasser fiel Wir haben die alte U-Bahn zum Vorschein Diese gehirnamputierten Irren sind dadurch Wir haben die ganze Nachbarschaft überrannt Du willst Johnny finden Dann musst du tief ins Liebergebiet hinein Was ist das für ein Typ Das ist der Oberlieber Ähm Halte sie noch ne Sekunde zurück Ich mixe einen kleinen Cocktail Einen Tommy Special Ein Tommy Special Geil Krieg ich da dann auch nen Schluck Okay Ohne Witz Das sind zu viele Okay Wenn du sagst es sind zu viele Bäm Dann hau mir die einfach mal ran Okay Ohne Witz Das sind zu viele Tötet sie alle Ich hau euch kaputt Ich hab mal nen Bruce Lee Film gesehen Ich bin ein verdammter Killer Eine Bruce Lee Sensen Tut mir leid Natürlich Ja komm Dann hauen wir die nochmal So Sonst nur wer Okay das gibt's Ich nenne ihn Junkball Eigenes Rezept Nur nicht zurückhalten Schatz Es lebe die Liebe Dankeschön Das Junkball Spammer Upgrade Schlägt sehr hart zu Und zerstört Strukturell Schwachstellen In Ausrüstung Oder Gebäuden Drücken sie Shift Links Zum Anvisieren Und zum Und rechte Maustaste Zum Feuern Melon Schließ die Tür Ziel auf die Kabel Schneid sie ab Ich muss ihm die Verstärkung abschneiden Okay das passt Überraschung Ich bin mal wieder ein bisschen im Fokusmodus Ein neues Wir Äh Moment So Tony ist zu Der sieht nicht gut aus Ich glaub deinen Laden kannst du dicht machen Hey willst du helfen? Bleib doch und hilf mir die Bude zu renovieren Geht nicht Größere Fische warten Fische wie Johnny Green Was kann man einem feuchten Tunnel entgegensetzen Der in Lieber verseuchte Dunkelheit Also ehrlich Ja natürlich Er weiß Bescheid Danke Tommy Tut mir leid um deine Bar Tommy Sei vorsichtig Nille Da baut sich ein Sturm zusammen Schätzchen Nicht weggefegt werden Mal schauen Tommy ist cool Ich hab irgendwie das Gefühl Dass er noch sterben wird So Höp Ähm Oh Ich wollte schon sagen krieg ich auch ein bisschen Licht Finden sie Johnny Green Teeth Waaah Ih pfui Hey Nillen wie läuft's? Wow Bruno Edge habt die Kacke echt aufgerührt Die ganze Stadt ist in Panik Ja Scheiße ist wohl das Motto des Tages Okay okay gut Ich muss los Ich glaube ich bin aufgestiegen Auf nie vergessen Du bist aufgestiegen Von Dreck an meinem Schuh Zu Dreck an Edges Schuh Ist das ein Aufstieg Ich glaube nämlich ich bin abgestiegen Waaah Durch die Kanäle Das stand hier mal alles unter Wasser Das ist noch nicht allzu lange her Da krabbelt das Viehzeug rum Ich hab hier ein schlechtes Gefühl Wer hat hier eigentlich da das Zeug Ähm so ein bisschen Angehangen Wer hat seine Bots hier zum Trocknen rausgehangen Ey das ist voll gruselig Schau euch das mal an Da mit diesen komischen Das ist echt Richtig richtig gruselig